Hallo und herzlich willkommen zum Brinni-Log. Ich bin Brinni und das ist mein Log um das erste Thema, aber ich klappe das richtige T-Shirt an. Es geht um Call of Duty, Goal of Duty. Da wurde ich ja schon gefragt, was ich denn von dem neuen Trailer halte, der jetzt erschienen ist zum nächsten Call of Duty-Teil, der von Sledgehammer entwickelt wird. Da komme ich als erstes zu und danach zu einem Batzen-Spiel, den ich spiele. Also nicht weggeben, wenn ihr euch jetzt nicht so Call of Duty-mäßig unterwegs seid, aber ein paar wollten eben meine Meinung wissen und ich finde es auch ganz spannendes Thema, denn wie ihr vielleicht wisst, Ghost fand ich das kompletten Absturz. Also zumindest im Multiplayer-Solo fand ich es ganz okay, habe auch die Kampagne genossen. Multiplayer geht gar nicht und meine initiale Reaktion zu Call of Duty Advanced Warfare war, dass der Trailer mir wieder sehr gut gefallen hat. Also es ist halt ein sehr cineastischer Trailer, er ist gut erzählt, er macht im Grunde vom Setting her Lust auf mehr, aber er zeigt halt null Sachen in puncto Gameplay. Darum möchte ich halt mal in der Hinsicht keine, keinerlei Wertung abgeben. Im Grunde bin ich ja gespannt drauf, ich möchte ja gerne, dass ihr das Franchise ein bisschen rausrudern, vor allem eben im Multiplayer-Bereich, dass es wieder da ein bisschen mehr Spaß macht. Und ich bin nicht ganz davon überzeugt, wie es jetzt ablaufen wird, ich weiß nicht, wie viel Zeit Sledgehammer für dieses Spiel hatte. Also es gibt jetzt drei Entwickler für die COD-Reihe, einmal eben Sledgehammer, Infinity Ward und Treyarch. Und die haben jetzt jeweils einen Drei-Jahres-Zyklus, um ihre Spiele zu entwickeln. Was ja gut ist, weil es ist ein längerer Entwicklungszyklus, heißt besser als Spiele normalerweise. Und wir müssen erstmal gucken, was hier jetzt bei rumkommt. Was ich mir auf die Wunschliste geschrieben habe, weil es eine neue COD ist, vor allem, es soll Spaß machen wieder. Also sie müssen dringend was an der grundlegenden Mechanik des Spiels feilen, was auch immer sie geändert haben an Ghost, irgendwie da wieder zurückrudern. Es sollte vor allem auf den Konsolen in 60 Frames laufen. Das war sogar bei der Xbox One PS4 nicht der Fall und deshalb, wo das Spiel nichts noch nicht gut aussah. Das weitere natürlich, den Single-Play-Modus endlich wieder ein bisschen aufwerten. Also Ghost war okay, hat aber nichts Besonderes gemacht. Ich meine, Black Ops 2 hat versucht, mit diesen Strategie-Elementen ein bisschen was Neues reinzubringen. Ich hoffe, dass sie jetzt durch das neue Setting, durch das Futuristische ein bisschen Mut haben, mal was Neues probieren. Ich meine, es hat so diesen Crisis-Vibe mit den Kampfanzügen und so weiter. Ich glaube, es hat auch schon Maximilian nicht, den hat es auch schon gesagt auf YouTube. Es wirkt sehr Crisis-mäßig und ich hoffe, dass zum Beispiel zumindest im Single-Player-Modus diese futuristischen Sachen ein bisschen mehr zu gelten kommen. Vielleicht darf man auch den Spielern ein bisschen mehr wieder eigene Hand lassen. Also ich habe im Grunde wirklich nichts gegen diese cineastischen Rail-Shooter im Grunde, wie eben alle CODs sind und Battlefield zu einem gewissen Rahmen auch. Aber so ein bisschen eigenes Spiel möchte ich doch schon noch haben. Also gerade, ich habe ja damals Ghosts und Battlefield 4 Rücken in Rücken gespielt im Grunde. Und man hat schon sehr gemerkt, dann gerade im direkten Vergleich, wie sehr ein COD eben doch an die Hand nimmt. Und man wirklich keinerlei Einfluss darauf hat, was passiert. Bei Battlefield hat man wenigstens so die Option, Pfade einzuschlagen oder in der Situation anders anzugehen, aufgrund von den offenen Geländetypen. Ich würde gerne mehr sagen zu COD. Mein Gesamteindruck vom Design her und von dem, wie es präsentiert war, war wieder sehr positiv. Es liegt einfach daran, dass COD immer dazu tendiert, sehr brachial zu sein und sehr gut inszeniert zu sein. Spieltechnisch, ich warte auf den ersten Multiplayer-Trailer, der immer extern kommt. Ich denke mal, es kommt erst ein bisschen Informationen zum Spiel an sich. Und dann kommt der Multiplayer-Trailer, der eben für mich der Relevante ist. Für mich ist COD immer dieses actiongeladene, sehr effekthascherische Singleplayer-Game für ein paar Stunden und dieser sehr gute Multiplayer-Mobus, in dem ich dann 50 plus Stunden versenke. Aber abseits von Call of Duty, es gibt so viele Spiele, die ich in den letzten Tagen gespielt habe, mal irgendwas angespielt, aufgrund von Zeitgründen. Die eine Sache ist Mario Golf für ein 3DS, das habe ich ausführlich gespielt. Und ich habe jetzt mal die drei Standardkurse gesehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Titel. Es gibt wieder so eine Art Karrieremodus, ähnlich wie beim Gameboy Color-Teil von damals, der ein bisschen noch ausgefleischt war sogar, da war es fast schon RPG-mäßig. Und ich habe gesehen, wenn man den 3DS Mario Golf Part für den 3DS kauft, also im Online-Store, dann kriegt man den Gameboy Color-Teil dazu. Wusste ich nicht, hätte ich wahrscheinlich sogar gemacht, weil ich liebe den Gameboy Color-Teil. Und ja, man kann eben dann seinen Mii benutzen als Charakter, den ein bisschen aufwerten mit neuer Kleidung, neuen Schlägern. Die Kurse sind sehr schön gestaltet. Bei den ersten beiden habe ich jetzt noch nicht so die mega Unterschiede gespürt vom Spiel an sich, also vom Gefühl der Kurse. Der dritte ist so ein Gebirgspass. Ist schon sehr anders, weil man muss dann um die Felsformation rumspielen, muss ein bisschen auf Schluchten aufpassen. Und anscheinend gibt es noch so viel mehr Content im Spiel. Also anscheinend gibt es irgendwie Challenges und man kann Mario-Charaktere frei spielen, was abzusehen war, weil wenn man den nicht Karrieremodus wählt, sieht man noch Fragezeichen auf dem Charakterausfallbildschirm. Und noch Mario-gefimte Kurse, 4 Stück oder so. Also ich glaube ein Peach-Kurs, ein Donkey-Kurs, ein Yoshi-Kurs, keine Ahnung. Und das ist total uneinsichtig für mich. Und ich habe jetzt heute den Game-Trailer-Review gesehen zu Mario Golf. Und da wird eben auch gesagt, man muss zwischen den Modi hin und her jumpen sozusagen, um alles frei zu spielen. Und in diesem normalen Mario-Modus, in dem man eben nicht mit dem Mi die Karriere spielt, kann man die anderen Kurse frei spielen. Und das war, das hätte ich niemals rausgefunden. Und ich hätte ohne Scheiß die Kampagne durchgespielt und dachte mir so, okay, das ist es jetzt. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten, dass da irgendwann die DSCs kommen. Aber abseits von dem habe ich auch ein paar Online-Turniere gespielt. Und das ist ein cooles Format eigentlich. Man kann online ein Turnier spielen. Das ist kein Turnier in dem Sinn, dass man eben direkt live gegen andere spielt, sondern man hat über eine gewisse Zeit die Chance, immer wieder dieses Event zu spielen. Zum Beispiel eben Kurs Y, die ersten neun Löcher und dort das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und dann wird es eben am Ende des Events mit allen Spielen weltweit verglichen. Und wenn man an diesen Events teilnimmt, bekommt man für den Mi auch neue Klamotten. Also super, super nette Idee. Man kann auch eigene Events anlegen, die mit Freunden teilen. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Man kann zum Beispiel auch die DLC-Kurse schon mal im Voraus ausprobieren. Für eine begrenzte Zeit momentan noch. Es dürfte vielleicht auch schon vorbei. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es dürfte heute ablaufen, das Event. Und ja, im Grunde eine tolle Idee. Ich mag das Spiel. Ich bin einfach ein großer Fan von Golfspielen allgemein. Also Golfspielen dieser Art, wie zum Beispiel auch Everybody's Golf. Und deshalb, ja, wurde ich nicht enttäuscht. Die Mechanik ist da. Es ist alles drin, was ich erwartet hätte. Ich muss jetzt noch ein bisschen mehr in diesen Mario-Modus reinschauen und gucken, was da noch freispielen kann. Aber ansonsten habe ich mal in Child of Light reingeschaut. In meinem Fall für die Xbox One. Ups, Alter. Ist ein RPG von Ubisoft Montreal. Ist in derselben Engine wie Rayman Legends. Sieht fantastisch aus. Ist so ein bisschen im Märchen-Stil gehalten. Das heißt, ein bisschen. Das ist der komplette Märchen-Dröhnung. Hat super schöne Musik. Also die Präsentation an sich ist sehr gelungen. Es ist ein bisschen leicht, habe ich das Gefühl. Also es ist auch nicht sonderlich tief für einen RPG. Es hat zwar Skill-Bäume, aber die sind, man breitet sich da nicht wirklich aus. Und man folgt mir in dem Pfad. Aber an sich mechanisch, von der Mechanik her, wie es aussieht, ist es top. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Es soll kein langes Spiel sein, so 10 Stunden. Was für einen RPG natürlich überraschend kurz ist. Aber es ist ja auch nur ein 15-Euro-Titel. Ich habe in den ersten zwei Stunden sehr viel Spaß gehabt damit. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich werde das wahrscheinlich auch gerne wirklich weiterspielen. Vor allem, da ich eben mal wieder gerne ein Rollenspiel spielen möchte, ohne viel Zeit investieren zu müssen. Ich meine, ich sitze ja schon an so vielen anderen Zeitfressern gerade dran. Da kann ich jetzt ein ausgedehntes JRPG nicht brauchen. Ich würde da auch ein bisschen was zu irgendwie mal capturen, habe ich überlegt. Aber es ist einfach schwer, so ein Spiel mit so einem massiven Spielgehalt wie ein Rollenspiel gut irgendwie rüberzubringen in kurzen Videos. Also werde ich das mal außen vor lassen. Die andere Sache ist, es gibt jetzt, ich habe diesen Mod im Playstation Plus, Muramasa, also der Demon Blade bekommen für die PS Vita. Also das habe ich ja mal als Let's Play gemacht für die Wii, also die Wii-Version. Ist von Vanilla Werner, ein großartiger Entwickler. Alles handgezeichnet, wunderschönes Spiel. Und die PS Vita-Version ist so viel besser als die Wii-Version, weil man nicht mehr mit nach oben drücken springen muss. Und ich habe echt viel Spaß dran. Deswegen werde ich also auch schauen, dass ich es irgendwie gespielt kriege. Ich weiß gar nicht, wann das alles gemacht werden soll. Weil immer noch nebenher Diablo mit Niappi und Visi. Zelda 3 ist auch noch aktuell. Ein anderes Spiel, das ich noch bekommen habe als Presse-Version, ist Hometown Story. Und da kam ich gar nicht dazu, das bisher mal reinzugucken. Das hat sich Niappi geschnappt und mal reinzuspielen. Und das Spiel kann nicht so schlecht sein. Also ich habe, es hat eine Star-Besetzung, also es ist von dem Mach von Harvest Moon. Die Musik ist von Nobuo Matsu aus dem Final Fantasy-Musik-Gott. Und das Design ist von der Designerin von Pokémon. Also, und ich habe mal ein bisschen online geschaut. Die Kritiken sind eher verhalten, eher gemischt. Vor allem alte Harvest Moon-Hasen sagen, oh nee, das ist total schlecht und so weiter. Aber es kann nicht so schlecht sein. Jesse sitzt irgendwie ewig vor dem DS und spielt dieses Spiel. Und ich habe ihr über die Schulter geschaut, das ist sehr süß, das ist echt, hat ein sehr putziges Design. Hat einen sehr guten Soundtrack, was zu erwarten ist von Nobuo Matsu. Aber es ist eben kein Harvest Moon-Spiel in dem Sinn, dass eben vieler wahrscheinlich erwartet. Hometown Story ist so eine Art Rune Factory oder eben Harvest Moon in dem Sinn. Aber es ist mehr so wie Racketeer, also man muss einen Shop handeln. Und es hat auch keine Rollenspielemente in dem Sinn, dass es nicht in einem Rollenspiel-Universum spielt, sondern eben nur, man ist einfach halt ein Laden in einem kleinen, verschlafenen Dörfchen am Anfang. Und muss eben den Leuten Käse verkaufen, auf denen die voll stehen und Milch und so Zeug. Und mit den Leuten anbandeln, um neue Leute freizuschalten und dann größeren Laden zu kriegen und sowas. Also vom Zusehen her fand ich, sah es schon sehr cool aus. Es ist jetzt vielleicht nicht das Megaspiel, das Überspiel, aber ich kann durchaus vorstellen, dass es seine Fans findet. Und wenn ihr euch da dafür interessiert, schaut euch mal an. Also ich habe nur zugesehen, aber ich fand es sah schon sehr gut aus. Genau, das ist alles, was ich so gespielt habe. Ich bin außerdem zudem wieder jetzt mehr am Fighting im Spielen, da ich ja allzuwochen dieses Fighting-Game-Event organisiere, die Fight Night in München. Und deshalb spiele ich ein bisschen wieder mehr Marvel, ein bisschen mehr Street Fighter 4 und vor allem Street Fighter 3. Nicht irgendwie jetzt in meinem täglichen Umfeld irgendwie, aber durch das, dass diese Events vermehrt sind, dadurch einfach wieder. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, die Leute um sich rum zu haben und gucken, dass die Leute einen Ort zum Spielen haben. Und daher bin ich da voll und ganz zufrieden. Und das war soweit, als ich hatte. Haufen Spiele, die ich gespielt habe, aber wahrscheinlich keins Mal wird zu Ende gespielt, so wie ich mich kenne. Dieses Jahr ist nichts mit Game Challenge, einfach vor allem das Speedrun, dann einfach zu viel Zeit weg. Zeit weg, in Anführungszeichen. Ich will es ja selber spielen. Ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Und ja, holt euch nach Five ab. Bis dann, bye bye.